Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, dieses Mal geht es um die Aufarbeitung von einem Kundenprojekt, wie man eine Windows-Anwendung mit Wine emuliert und das Ganze in ein Debian-Paket verpackt, sodass man es auf Distributionen, die Debian-Pakete unterstützen, auch verteilen kann. Und das Ganze ist noch nicht kompliziert genug. Wir wollen das auch so machen, dass man diese Anwendung auch mit mehreren Benutzern verwenden kann, ohne dass man die Anwendung plus dieses ganze Wine-Graffel jedes Mal da drum für jeden Benutzer einzeln installieren muss, was denn ja einen riesigen Overhead hätte. Ja, also viele Schwierigkeiten aus einem Kundenprojekt jetzt nochmal zusammengefasst, wie ihr das auch machen könnt, wenn ihr Windows-Anwendungen auf einem Linux-System ausrollen wollt und das auf dem Linux-System auch gleichzeitig noch mehr Benutzer verwenden sollen. Denn guckt dieses Video. Da es dieses Mal relativ viele Einzelpunkte gibt, habe ich auch mal so eine Seite gemacht, wo es steht, was ich heute alles vorhabe. Also zum ersten habe ich vor, die Windows-Version von Audacity, von so einer Audio-Bearbeitungssoftware zu installieren und das unter Wine. Wine emuliert so eine Windows-Umgebung, sodass ich die Programme, die eigentlich nicht unter Linux laufen würden, ausführen kann. Dann werde ich Audacity aufteilen, also diese Installation in einen globalen Teil. Dieser globale Teil, der ist für alle Benutzer unveränderlich. Also das ist die Software selbst, vielleicht irgendwelche Hilfedateien noch dazu und eben auch diese Wine-Umgebung. Und der andere Teil, das sind individuelle Benutzereinstellungen, also zum Beispiel, wie die Oberfläche von Audacity aussehen soll, welches Thema ihr haben möchtet. Oder eben andere Einstellungen, die ihr direkt in der Oberfläche trefft und die abhängig vom Benutzer sind. Also jeder Benutzer kann das einstellen, wie er gerne möchte und das wird halt getrennt von diesem globalen, unveränderlichen Teil. Dann mache ich aus diesem individuellen Teil eine Vorlage, sodass wenn das erste Mal der Benutzer Audacity startet in der Wine-Version, dann bekommt er so ein Template vorgesetzt, wo grundlegende Benutzereinstellungen drin sind. Und die kann er natürlich bliebig anpassen und die werden auch so gesichert, dass sie beim nächsten Starten von der Anwendung wiederum gelesen werden. Damit das Ganze funktioniert, habe ich so ein Start-Skript, das verwendet einmal UnionFS, um diesen unveränderlichen Teil mit den globalen Informationen von der Audacity zu nehmen. Also als Basis quasi und da drauf werden diese individuellen Benutzereinstellungen drüber gespiegelt. Also wir haben ein Dateisystem, was aus zwei Verzeichnissen besteht. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Das ist aber ein Prinzip, was auch bei Live-CDs oder Live-DVDs verwendet wird. Auf eine DVD kann man ja erstmal nicht schreiben. Also werden alle Änderungen, die ihr bei so einer Live-DVD macht, in den Arbeitsspeicher geschrieben, sodass es aussieht, als ob ihr dieses Medium beschreiben könntet. Und diesen Mechanismus mache ich mir auch zunutze. Und UnionFS ist eins von diesen Dateisystemen, die eben mehrere zugrunde liegende Dateisysteme miteinander vereinen können. In so nur lesbare Teile und beschreibbare Teile. Dann macht das Skript das, was ich schon beschrieben habe. Also beim ersten Start von Audacity wird diese Vorlage entpackt im Heimatverzeichnis des Benutzers und noch ein bisschen individualisiert. Also da werden denn die Teile ausgetauscht, wo der Benutzername reinkommt und noch ein paar andere Dinge. Die werden einfach, ja, textmäßig ersetzt letztendlich. Und hinterher gibt es so eine Cage-Datei, wo die Änderungen, die ich innerhalb von so einer Audacity-Sitzung gemacht habe, wieder abgespeichert werden. Also wenn ich wiederum das Beispiel bemühe mit dem Ändern von den Farben von Audacity. Das wird dort wieder abgespeichert und beim nächsten Starten über das Start-Skript wird das wiederum entpackt. Und beim nächsten Starten von diesem Start-Skript wird wiederum diese Cage-Datei entpackt, sodass ich wiederum meine Einstellungen für Audacity habe, so wie ich es das letzte Mal eingestellt habe. Dann noch ein bisschen Kleinkram. Wir wollen natürlich auch noch einen Start-Menü-Eintrag haben. Da lege ich so eine Datei für an und natürlich noch ein passendes Icon sollte auch nicht fehlen. Aus diesen ganzen Dingen wird hinterher ein Debian-Paket gebaut, was aus dem unveränderten globalen Teil besteht, der systemweit installiert wird und allen weiteren Komponenten wie das Skript, wie das Icon, wie der Start-Menü-Eintrag und alles Mögliche, was ich da so aufgelistet habe. Ja, also das ist eine ganze Menge, was wir dieses Mal vorhaben. Ich hoffe, es geht auch halbwegs glatt durch. Mal gucken. Als ich es probiert habe, hat es ganz gut funktioniert. Das ist aber auch schon wieder ein paar Monate her. Mal schauen, was mich heute erwartet. Für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger-Tools. Die Dodger-Tools sind eine über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash-Skripten und Debian-Paketen für ja eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint, Nutzer und Administratoren, die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger-Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen, Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, intelligentes Editieren von Dateien, so dass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach TMP zum Beispiel herunter und dann mit Weget könnt ihr es eben über die URL runterladen und dann führt ihr dieses Skript mit Hutrechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet, also der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt, damit über APT, das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu, diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger-Tools-Repository gibt, auch heruntergeladen werden können. Und das Hauptpaket Dodger-Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger-Tools drin, die nenne ich hier Module. Und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten, die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audio-Kompressionen geht, dann wird vielleicht der OCK-Encoder für das Audio-Format benötigt. Und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser OCK-Encoder nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get-install-y-dodger-tools-install-suggests. Ja, genau, damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet, aber dann habt ihr schon mal alles da. Oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per Hand halt die Abhängigkeiten. In diesem Video werde ich Funktionen von den Dodger-Tools verwenden und insbesondere das dt-mk-dep-Modul, was dazu gebraucht wird, um so ein Paketverzeichnis zu packen. Also in so ein Paketverzeichnis lege ich alle Informationen ab, also die Struktur, wo was im Dateisystem durch das Paket entpackt werden soll, meine Skripte kommen da rein, was vor der Installation eventuell laufen muss, was danach geschehen soll und so weiter und so fort. Und das Ganze wird halt zusammengepackt zu einer Debian-Paket-Datei, also .dep als Dateiendung. Und dafür brauchen wir dieses Modul. Ja, bevor wir jetzt anfangen mit unserem Installieren von Audacity und allen anderen Dingen, legen wir uns erstmal einen neuen Benutzer an. Das hat den Hintergrund, dass ein Benutzer beim Installieren von Audacity und Wine in verschiedenen Einstellungen einfach reingeschrieben wird. Also dieser Benutzername, wie ich den hier jetzt mal XXXXX genannt habe, der liegt denn in der Registry, das ist so eine Konfigurationsdatenbank unter Windows, das gibt es eben auch unter Wine. Da steht da drin, dieser Benutzername und wenn wir jetzt einen möglichst ungewöhnlichen Namen wählen, finden wir das textmäßig einfach deutlich besser wieder. Denn das ist etwas, was dieses Start-Skript verwendet, um Änderungen vorzunehmen. Also das sucht nachher nach exakt dieser Zeichenfolge und ersetzt die an den betreffenden Stellen dann durch den Benutzer, der das Skript gerade ausführt. Also von daher, was Ungewöhnliches nehmen ist gut. Also wenn ich den jetzt, keine Ahnung, A einfach nennen würde, gibt es sehr viele Textstellen in Konfigurationsdateien, in der Registry, wo einfach ein A drin steht oder wenn ich A, B nehme, das wird häufig auch vorkommen. Oder sowas wie Exe oder sowas. Das ist blöd gewählt. Von daher irgendwas, was irgendwie keine, erstmal keine offensichtliche Bedeutung in einem anderen Kontext hat. In dieser Aufnahme werde ich auch relativ viel hin und her springen, zwischen meinen Folien und einer virtuellen Maschine, wo ich ein Linux Mint 21 installiert habe. Das mache ich jetzt gleich mal, um das einmal zu zeigen. Also ich werde mir jetzt einen neuen Benutzer mit den 5x anlegen und ich werde den auch in der Gruppe Sudo hinzufügen, damit ich eben auch administrative Tätigkeiten durchführen kann, was ich sonst eben nicht könnte. Ich kopiere mir das jetzt einmal in die Zwischenablage und hüpfe einmal rüber zu meiner virtuellen Maschine. Ich hole mir eine Shell und wie man sieht, der Benutzer, den ich dort gerade verwende, heißt Test. Test wäre so ein Name, wo ich mir denke, naja, der könnte eventuell auch in anderem Kontext in Konfigurationsdateien drin stehen. Das ist also eher eine schlechte Wahl. Und ich hole mir jetzt erst einmal Root-Rechte, also Administrationsrechte über Sudo Bash und jetzt füge ich diese beiden Zeilen einmal ein und da wird mir einmal der Benutzer xxxx angelegt. Ich muss noch ein Passwort vergeben. Das mache ich hier einmal. Die weiteren Informationen sind unerheblich für das, was ich vorhabe. Also sowas wie Zimmernummer ist vollkommen egal. Ich drücke einfach bloß Return und jetzt natürlich noch mal bestätigen und dann wird der Benutzer auch gleichzeitig in die Gruppe Sudo hinzugefügt. Das war jetzt meine zweite Zeile, die ich hier einfach durch die Zwischenablage mit reinkopiert habe. Jetzt melde ich mich einmal ab als meinen Benutzer Test und gleich melde ich mich als neuer Benutzer mit den 5x wieder an. Und jetzt habe ich schon mal eine saubere Trennung zwischen meinem normalen Benutzer, den ich normalerweise so verwenden würde, meinem Testbenutzer oder wie auch immer ich gerade heiße, und meinem Benutzer, wo ich jetzt diese Installation mit Wine machen möchte, um das einfach sauber zu trennen. Ich teste jetzt auch gleichzeitig noch mal, ob ich mir auch bei dem Benutzer hier Hutrechte holen kann. Das funktioniert. Also von daher hat das Eintragen in die Gruppe Sudo auch funktioniert. Als nächstes lade ich mir diese Echse von dem Audacity herunter. Das ist so ein Installationsprogramm, wo alles drin ist, für Windows herunter und für 32 Bit. Mit diesem Link, der sich dahinter verbirgt, den ihr auch in den Full-Dien natürlich findet, den habe ich mir jetzt mal in die Zwischenablage kopiert. Und dann springe ich wieder zu meiner virtuellen Maschine. Das möchte ich nicht als Route durchführen, also drücke ich STG und D und gehe einfach mal zu dem Downloads-Verzeichnis und mit W-Get und Einfügen von dem kompletten Link lade ich mir jetzt dieses Installationsprogramm runter. Das sind jetzt so ein bisschen über 32 Megabyte. Das entpackt sich und mit dem ganzen Wine, was dazu noch kommt, wird das halt viel, viel größer. Also Wine hat eine komplette Laufzeitumgebung, die Windows emuliert, und die ist relativ groß. Und in dem Home-Verzeichnis, also dem Benutzerverzeichnis von jedem Benutzer, wird normalerweise eine eigene Laufzeitumgebung angelegt, die relativ groß ist. Und ja, durch diesen Trick mit dem Aufteilen in den globalen Teil und dem benutzerspezifischen Teil sparen wir eine Menge Speicherplatz auf dem System, wenn die Software von mehreren Benutzern verwendet werden soll. Ja, als nächstes brauchen wir dann auch noch Wine. Die Software, die ist normalerweise nicht standardmäßig mitinstalliert. Dafür gibt es dieses Paket, was einfach Wine heißt. Und das installieren wir über folgende Zeile hier. Also sudo, Root-Rechte holen, apt, den Paketmanager. Dann install ist das Kommando für den Paketmanager, also Software installieren. Das minus Y, das heißt, dass wir keine Nachfragen haben wollen. Ansonsten würde apt fragen, ja, sollen wir diese Software jetzt wirklich installieren? Muss man nochmal Y oder J drücken. Und durch das angegebene minus Y ersparen wir uns das. Und der Name der Software ist eben Wine. Wenn das ein anderes Paket wäre, würde da ein anderer Name stehen. Ja, genau. Kann man natürlich auch irgendwie grafisch machen. Also es gibt ja verschiedene Oberflächen für Paketmanager. Aber ich mache das immer ganz gerne auf der Kommandozeile. So, dann mache ich wieder dasselbe. Kopieren, einfügen. Und jetzt installiert er nicht nur Wine selbst, also die Software Wine selbst, sondern auch alle weiteren Pakete, die gebraucht werden, um Wine auszuführen. Also da sind ja relativ viele mit dabei. Aber wenn man jetzt eine andere Software braucht, die zum Beispiel hier das Lip Wayland Cursor 0 Paket braucht, dann wird das halt nicht nochmal installiert. Also die verschiedenen Software Pakete, die teilen sich halt die Abhängigkeiten, die Bibliotheken, die gebraucht werden für die Ausführung. Und da gibt es viele Basispakete, wo Funktionen drin sind, die von sehr vielen Software Paketen mitverwendet werden. Also von daher installiert er jetzt nicht jedes Mal hier diese, was haben wir da, 1,4 GB grob dazu. Sondern es wird beim nächsten Mal deutlich weniger, weil eben diese Abhängigkeiten für viele schon da sind. So, jetzt ist Wine mit den ganzen Abhängigkeiten installiert. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben ja schon diese Exe-Datei von Audacity. Und wir wollen das ja gleich installieren. Und damit wir das jetzt noch ein bisschen weiter trennen von einer normalen Wine-Installation, legen wir uns auch noch ein neues Wine-Verzeichnis an, wo nur die Einstellungen und Konfigurationen, alles Mögliche, von dem Audacity reinkommt. Normalerweise wird ein Verzeichnis in dem Home angelegt, also in dem Benutzerverzeichnis, was Punkt Wine heißt. Da kommt alles rein. Also wenn ich mehrere Anwendungen installiere, wird dort alles quasi reingekippt. Da wird mir auch so ein Laufwerk C emuliert. Also das kommt alles dort rein. Ich habe aber auch die Möglichkeit, für jedes Programm oder je nachdem, wie ich es möchte, zusätzliche Verzeichnisse anzulegen für Wine. Also Audacity kriegt jetzt ein eigenes Verzeichnis und da kommt bloß Audacity mit allem, was dazu gehört, rein. Wir müssen dem Wine, also dieser ausführbaren Datei, für diese Laufzeitumgebung für Windows noch sagen, dass es jetzt ein anderes Verzeichnis zum Abspeichern nehmen soll, also das hier. Und das wird durch diese Umgebungsvariable WinePrefix gesetzt. Und danach sagen wir einfach bloß noch, was wir ausführen möchten. Und das ist diese Excel-Datei, die ich dort runtergeladen habe. Also machen wir auch wieder mit Kopieren und Einfügen. Und dann springe ich wieder rüber. Das mache ich natürlich jetzt als mein xxxxx-Benutzer, füge dort das ganze Zeugs einmal ein, wieder Verzeichnis anlegen, wie wir es gerade gesehen haben und anschließend Wine starten und auch Audacity, diese Excel-Datei mitstarten. Beim ersten Mal konfiguriert Wine noch verschiedene, ja, macht so eine Grundkonfiguration da rein in unser eigenes Verzeichnis für das Audacity. Wenn ich jetzt ein neues Prefix anlege oder angebe, dann bekomme ich wieder diese Grundkonfiguration und die ist eben bloß einmal für jedes Wine-Verzeichnis. Das hier ist jetzt auch schon die Installation von dem Audacity. Da werde ich gefragt, welche Sprache ich installieren möchte, nämlich Deutsch. Und ja, dann einmal weiter, einmal hier Lizenzvereinbarung. Das ist unter der GPL. Also insofern ist das jetzt nicht so gruselig wie bei anderer Windows-Software. Also wir dürfen es frei kopieren, wir dürfen es modifizieren, wie wir wollen, wir dürfen es weitergeben und so weiter. Das erlaubt uns die GPL im Gegensatz zu, ja, üblicher Software. Also, keine Ahnung, Photoshop hätte ich so nicht packen dürfen. Das ist total verboten. Aber bei freier Software geht sowas. Dann werde ich hier gefragt, an welcher Stelle im Verzeichnisbaum oder vielmehr auf welchem Laufwerk ich Audacity installieren möchte. Unter Linux habe ich ja keine Laufwerksbuchstaben, die es ja schon damals unter DOS gab, die es auch unter Windows immer noch gibt. Also sowas wie C gibt es nicht. Unter Linux- und Unix-artigen Betriebssystemen, dort gibt es eigentlich bloß Verzeichnisse. Und das Wine, das emuliert mir halt dieses Laufwerk, C-Doppelpunkt. Und in unserem Punkt Wine-Verzeichnis, dort gibt es auch ein C-Doppelpunkt oder es heißt irgendwie DOS-Drive-C und dort wird dieses ganze Zeug reingeschmissen. Ich kann jetzt den Pfad da drunter noch ein bisschen anpassen. Hier dieses Programm, Files, x86 und so weiter. Das brauche ich eigentlich nicht. Es wird, finde ich, irgendwie einfacher, wenn wir einen kürzeren Pfad haben und es landet ja sowieso in unserem Dateisystem unter .wine-DOS-3-C irgendwie sowas. Und dann unter Audacity und nicht unter Tüly-Klingeling. So, und da sage ich jetzt weiter. Und Desktop-Symbol erstellen brauchen wir eigentlich nicht. Einstellungen zurücksetzen. Wir haben ja noch keine Einstellungen, von daher das auch wegnehmen. Nochmal weiter und installieren. Und jetzt wird aus dieser Exe-Datei, die so ein Archiv ist, diese einzelnen, ja, Dateien, also hier jetzt gerade das Handbuch, jetzt ein paar DLLs und sonst was, wird entpackt in das Audacity-Verzeichnis. Dann haben wir noch ein paar Informationen dazu, wer Audacity gemacht hat, wo es ein Forum gibt und so weiter und so fort. Und nochmal die GPL-V2. Ja, und eigentlich können wir das Ganze jetzt auch sofort einmal starten. Dann dauert das ein bisschen. Und dann haben wir unser Audacity, was in einer Windows-Version hier installiert ist, unter Wine. Ja, also damit können wir jetzt theoretisch irgendwelche Sachen aufnehmen und wiedergeben und bearbeiten und so weiter und so fort. Und wie man hier sieht, gibt es denn auch Wine Sound Mapper und das emuliert halt diese, ja, Windows Soundkarten, ja, HP, wie auch immer. Also das läuft hier drin so, als ob es, ja, eine Linux-Installation wäre. Also man kann es ganz normal nutzen. Sieht ein bisschen anders aus von den Icons hier. Die haben sich auch bei den Farben daran orientiert, was bei Windows, bei irgendeiner Version mal so gedacht war. Also ein bisschen optisch kann man es sehen, aber es lässt sich halt ganz normal nutzen. Okay, also es startet. Wir können, ja, also wir können es mit Wine ausführen. Also das haben wir schon mal erfüllt. Können wir wieder zumachen. Dann können wir auch gleich noch mal gucken, wie das so aufgebaut ist vom Dateisystem her. Wenn ich da einfach mal reingehe und das hier hinkriege. Also Verzeichnisse, die einen Punkt davor haben, sind versteckt. Die werden mir ja erstmal nicht aufgelistet. Aber wenn ich strg und l drücke, dann darf ich hier selbst was eingeben. Und wenn ich sage Punkt W, dann schlägt ihr mir ja auch schon vor. Es gibt übrigens so ein Verzeichnis, es ist versteckt. Und dann haben wir da unser Punkt Wine Audacity Verzeichnis. Dann haben wir hier die Registry, ist irgendwie aufgeteilt in verschiedene Dateien. Dann haben wir hier Drive C. Da haben wir dann Audacity drunter mit den DLLs, mit der Exe-Datei, mit der Hilfe. Und das, was hier unter Drive C steht, das emuliert Wine als C-Doppelpunkt, als Laufwerk, sodass Windows-Programme damit auch was anfangen können. Ja, und hier sind dann noch mehrere Sachen drin, je nachdem, wie das gebraucht wird. Also es gibt hier auch noch direkt so einen Link, also C-Doppelpunkt. Unter Linux kann man auch einen Doppelpunkt im Datei- oder Verzeichnisnamen angeben. Ich meine, unter Windows geht es nicht, aus gutem Grund. Genauso wie einige von diesen Spezialdateien hier, kommen 1 bis 32, das sind serielle Schnittstellen. Ja, genau. Also das haben wir jetzt alles da in diesem Punkt Wine Audacity Verzeichnis drin und in den Unterverzeichnissen. Das sind eben zum einen hier die Programmdateien und globale Einstellungen in der Registry oder vielmehr in diesem User.rec, denke ich mal. Da sind diese Benutzereinstellungen drin. Das ist da mit drin. Und eben, ja, die individuellen Benutzereinstellungen, die sind dort drin. Jetzt geht es darum, diese individuellen Einstellungen von dem Rest zu trennen. Das kann je nach Anwendung ein bisschen anders sein. Darum habe ich hier auch hingeschrieben, wahrscheinlich in den Dateien, die hier REC sind, also diese Registry-Einstellungen, die sind höchstwahrscheinlich alle dort drin. und je nachdem, wo das Programm vielleicht doch noch irgendwelche Sachen zusätzlich ablegt, müssen wir noch ein paar andere Sachen da rausziehen und, ja, unsere individuellen Einstellungen anpassen und so weiter. Also das ist nicht für jedes Windows-Programm gleich. Lass es noch ein bisschen gucken und anpassen von den Sachen, die ich hier zeige. Aber in diesem Fall ist das relativ einfach. Darum habe ich es mir auch ausgesucht. Wir haben hier unter dem Drive-C ein Users-Verzeichnis und darunter gibt es ein weiteres Verzeichnis, das so heißt wie unser Benutzername. Gucken wir uns das mal an. Wenn ich da bin, da gibt es den, also Drive-C, Users und wir haben hier unseren 5x. Und da sind jetzt noch haufenweise Verzeichnisse drin und die Windows-Programme, die streuen ihre zusätzlichen Informationen irgendwo halt rein. Von daher ist es auch wichtig, dass wir ein eigenes Wine Audacity-Verzeichnis uns angelegt haben, damit das nicht mit anderen installierten Programmen irgendwie vermischt wird, damit wir das möglichst sauber hinterher haben. Ja, das Starten von dem Audacity haben wir ja bereits schon gemacht, also das mache ich jetzt nicht nochmal. Und danach verschieben wir unsere individuellen Benutzereinstellungen beziehungsweise das, was wir als individuelle Benutzereinstellungen erkannt haben, in ein neues Verzeichnis. Da legen wir uns ein zusätzliches Verzeichnis .wine Audacity User an. Dann wechseln wir wieder in unser normales Wine Audacity Verzeichnis und verschieben einfach mal verschiedene Dateien. Also hier alles, was .rec als Dateiendung hat, das kommt jetzt in das User-Verzeichnis rein. Und unter dem User-Verzeichnis legen wir auch hier Drive C an, Users. Und dann verschieben wir von unserem Benutzer, den wir aktuell verwenden, der auch gleichzeitig in der Umgebungsvariable Dollar User, groß geschrieben, gespeichert wird, das verschieben wir auch dort rein. So, ich kopiere das wieder einmal. Ich bin nämlich zu faul zum Abtippen. Und Abtippen ist auch immer fehleranfällig, also von daher brauchen wir es nicht. Mit Abtippen ist zwar vielleicht eine gute Zehn-Finger-Übung, aber was soll's. Das machen wir lieber so. So, wenn ich jetzt wieder zurückspringe in meine virtuelle Maschine, dann mache ich jetzt exakt das, was wir gerade gesehen haben. Ich füge diesen ganzen Krempel hier ein, Verzeichnis anlegen und verschieben. So, das geht auch schon sehr schnell. Und wenn ich jetzt da nochmal gucke, obwohl, nee, ich nehme lieber wieder den hier, da sehen wir ein bisschen schöner, was da so ist. Wenn ich jetzt .wine und jetzt habe ich auch das .wine-Odacity-User-Verzeichnis. Wenn ich da reingehe, habe ich einmal diese Rack-Dateien und hier habe ich Drive-C, Users, unseren 5x-Benutzer. Und dort sind diese ganzen Verzeichnisse mit den eventuellen Einstellungen, die sind da jetzt drin. Jetzt haben wir ja schon mal vieles vorbereitet. Jetzt brauchen wir aber noch so eine Paketstruktur, wo wir diese ganzen, ja, zusammengesuchten Dateien auch wiederum reinpacken, dass das alles so ist, dass wir daraus ein Debian-Paket bauen können. Ich habe dafür einfach mal so ein Archiv vorbereitet, wo ja diese ganzen Grundsachen schon mal mit drin sind. Also da ist jetzt keine Audacity drin oder irgendwelche Windows-Einstellungen, aber da sind halt viele Dinge schon mal mit drin. Da ist einmal das Start-Skript mit drin unter dem Verzeichnis hier und heißt so. Dann haben wir schon mal ein Start-Menü-Eintrag an der richtigen Stelle. Also wenn wir daraus jetzt ein Debian-Paket bauen und das installieren, wird das im Datei-System unter usr.share.applications.wine-audacity.desktop entpackt. Und das ist an der richtigen Stelle, sodass, ja, verschiedene Desktop-Umgebungen wie Mate das auch finden, interpretieren und ins Start-Menü auch einblenden. Dann brauchen wir auch noch ein Icon dafür. Dann gibt es auch hier die Vorlage mit den individuellen Benutzereinstellungen. Und es gibt das globale Verzeichnis für Wine. Das ist auch schon mal angelegt, da ist noch kein Inhalt drin. Das wird nachher unter usr.share.wine-audacity-sys alles installiert. Das ist der unveränderliche Teil, der für alle Benutzer gleich ist und der eben auch nicht überschrieben werden kann. Dann haben wir noch eine Datei, wo Informationen zum Paket drinstehen. Also wie heißt das Paket überhaupt? Welche Versionsnummer hat es? Welche Abhängigkeiten hat es? Also zum Beispiel das Wine-Paket wäre eine Abhängigkeit davon. Und dann gibt es noch ein Skript, was auch in meiner vorbereiteten Paketstruktur drin ist. Und dieses Skript wird nach der Installation von unserem selbstgebauten Paket ausgeführt. Das führt dann noch ein paar Routineaufgaben durch und damit ist es dann auch durch. Ich mache es jetzt erneut so. Also ich kopiere mir das Ganze hier, wechsle einmal zur virtuellen Maschine, wieder zur Shell, füge das Ganze einmal ein und dann wird mir das von der URL runtergeladen, also dieses Archiv mit der Paketstruktur. Und es wird gar nicht erst zwischengespeichert, sondern es wird gleich entpackt. Das gleich entpacken, das funktioniert durch das Pipe hier. Also aus dem Internet wird das Archiv runtergeladen und der Inhalt wird gleich weitergegeben an TAR. TAR ist so ein Programm zum Entpacken. Und hier sehe ich die Ausgabe von den Dateien und Verzeichnissen, die in diesem Archiv drin sind und die halt so entpackt wurden. Und WEGET ist dieses Programm, was wir schon vorhin mal hatten. Also das lädt einfach Dateien runter, beziehungsweise lädt sie und gibt die Ausgabe weiter an ein folgendes Programm. Das macht dies minus O und minus. Und jetzt haben wir ein neues Verzeichnis, wine minus Audacity, nicht zu verwechseln mit dem anderen, was wir hatten, mit dem Punkt dabei. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, was da drin ist, wir haben einmal unter Debian großgeschrieben, die Informationen, die für das Debian-Paket relevant sind, die werden so nicht ins Dateisystem entpackt, beim Installieren des Paketes, sondern die sind für den Paketmanager. Da haben wir einmal Control. Das ist eine Datei, wo das Paket grundlegend beschrieben wird. Wie heißt das Paket? Welche Version hat es? Wo wird es einsortiert? Welche Priorität hat es? Für welche Architekturen gilt es? Man kann Pakete so machen, dass sie unabhängig sind von einer Rechner-Architektur. Da ist es ALL. Oder wenn das jetzt Pakete sind, die bloß für AMD 64 sind, also für normale PCs mit 64-Bit-CPU, dann schreibt man da AMD 64 hin. Oder wenn man ARM hat, schreibt man irgendwas mit ARM hin und so weiter. Und das habe ich hier mal auf ALL gelassen. Wir könnten das prinzipiell auch auf i386 bzw. AMD 64 setzen, weil wir das Paket nachher ja auf einer PC-Architektur installieren. Dann haben wir eine Abhängigkeit, die erfüllt sein muss, bevor das Paket entpackt wird. Das ist Bash und Bash brauchen wir als Interpreter für die Skript, was da noch mit drin ist. Dann haben wir hier so eine Installationsgröße. Die können wir hier einfach erst mal so nehmen. Und mein Modul aus den Dodger-Tools, das passt das auch dennoch an. Dann haben wir die wirklichen Abhängigkeiten. Einmal Wine, damit wir das Windows-Programm auch ausführen können. Und Union FS, Fuse. Und das ist für diesen Schichtbetrieb, also unten unveränderliches globales Dateisystem. Und dann oben drauf die Schicht mit dem veränderlichen Benutzerteil. Und das baut uns das zusammen, dass wir nachher ein Dateisystem haben, was eigentlich aus zwei Bestandteilen besteht. Dann können wir noch bei Maintainer festlegen, wer dieses Paket gebaut hat und wen man fragen kann, wenn da irgendwas nicht läuft. Ich fühle mich da jetzt nicht zuständig für Audacity und Wine und dieses Zeugs. Von daher, wenn ihr das selbst macht und dafür irgendwie zuständig seid, wenn ihr jetzt Admin seid in eurem Netzwerk und sowas macht nach meinem Video hier, dann solltet ihr euch da eintragen. Ja genau, oder ihr lasst es bei None oder irgendwas anderem. Dann haben wir die Scription. Da kommt eine Beschreibung, was dieses Paket macht. Kurz und bündig. Ihr könntet aber auch noch mehrere Zeilen machen. Ihr könnt auch noch eine Langbeschreibung machen. Und diese Langbeschreibung, die fängt immer an mit einem Leerzeichen. Dann kommt die erste Zeile von eurer Langbeschreibung. Dann wiederum Leerzeichen, zweite Zeile und so weiter und so fort. Also das würde euch denn auch angezeigt werden, wenn ihr danach sucht und euch die erweiterten Informationen anzeigen lasst. Aber eigentlich will ich darin jetzt überhaupt nichts ändern. Von daher mache ich das jetzt einmal zu und nicht speichern. Dann gucken wir uns auch nochmal Post-Ins an. Das ist ein Skript, was relativ kurz ist, was ausgeführt wird, nachdem das Paket ins Dateisystem entpackt wurde. Wir binden also erstmal das Modul hier ein, was gebraucht wird, um die DEP-Conf zu verwenden. Die DEP-Conf ist so eine Konfigurationsbibliothek und die können wir halt benutzen und da irgendwelche Werte ablegen. Das machen wir in diesem Fall zwar nicht, aber man sollte das trotzdem einbinden. Und wichtig dabei ist, dass man am Ende von diesem Post-Inskript auch DB-Stop hinschreibt, damit die Benutzung von dieser Konfigurationsdatenbank wieder freigegeben wird. Das Ganze ist ein Bash-Skript. Das ist diese Skript-Sprache. Die ist, naja, sagen wir mal mehr oder weniger hässlich, aber sie erfüllt ihren Zweck hierfür. Und wir könnten auch was anderes nehmen. Also ich glaube, Perl geht auch, aber Perl kann ich so gar nicht. Also von daher verwende ich Bash. Das, was das Skript eigentlich wirklich tut, ist das Anpassen von Rechten. Um die Rechte anzupassen, wechsle ich erstmal in das globale Verzeichnis, wo die globalen Einstellungen für mein Audacity drin sind, wo der überwiegende Teil mit der Installation drin ist und so weiter und so fort. Und weil ich diesen Teil so ein bisschen allgemeiner gestaltet habe, dass das auch für andere Programme gelten soll, die ich mit Wine ausführen und packen möchte, habe ich einfach mir gesagt, das fängt mit Wine Minus an und danach ist es egal, wie es heißt. Dann ändere ich die Benutzer- und Gruppenrechte. Also das erste ist der Benutzer. Das ist der Root-Benutzer. Und die Gruppe für dieses Verzeichnis hier und für alle Unterverzeichnisse soll Root und Root bekommen, sodass ich als normaler Benutzer da nichts zu suchen habe. Und dementsprechend passe ich auch noch die Zugriffsrechte an. Also als Benutzer Root, das ist eben das erste hier, die 7, die steht, ich darf da rein wechseln als Root, ich darf dort Dinge löschen, ich darf lesen, schreiben und ausführen. Als Benutzer der Gruppe Root, darf ich noch reingucken und lesen, darf aber nichts mehr ändern. Und alle anderen Benutzer, also mein normaler Benutzer, der auch dieses Skript, dieses Start-Skript für mein Audacity ausführen wird, der darf halt bloß da rein, darf sich Sachen angucken und lesen, aber darf es eben nicht verändern. Also das ist die unterste Schicht von meinem Union FS, was nicht verändert werden darf. Das liegt dann nachher hier drunter mit Erweiterung, wie es heißt. Und das soll eben nicht verändert werden. Jetzt befüllen wir unsere Paketstruktur, wo ja schon eine Menge drin ist, auch mit den Inhalten, also der Audacity-Installation. Da füllen wir einmal unser globales Wine-Verzeichnis mit den Dingen, die wir dort schon gesammelt haben. Also alles, was nicht individuelle Benutzereinstellungen sind, was wir in das andere Verzeichnis verschoben haben, das nehmen wir aus unserem übrig gebliebenen Teil, was global ist, und verschieben es dort rein, in dieses letztendlich Sys-Verzeichnis. Das Ganze geschieht in diesem Verzeichnis, wo wir die Struktur für das Paket angelegt haben und das wird halt dementsprechend hier einsortiert. Danach nehmen wir jetzt noch unser Verzeichnis mit den individuellen Benutzereinstellungen und packen das Ganze mit tar, das ist dieser Packer, den wir vorhin schon mal hatten, aber dieses Mal legen wir ein Archiv an, also mit c, create. Das v heißt, dass wir eine Ausgabe beim Packen haben, immer wenn eine Datei gepackt wurde, wird die einmal aufgelistet. Dann das Z steht für Gzip-Kompression, also das wird noch mal ein bisschen kleiner gemacht. Und dann schreiben wir das in eine Archivdatei über hier File. Und unsere Archivdatei, wo diese Vorlage drin ist, die heißt denn so, und wir wollen alles mitnehmen, was in dem Verzeichnis mit den individuellen Benutzereinstellungen drin ist. Danach müssen wir noch mal gucken, wo ist eigentlich unsere Exe-Datei. Dafür wechseln wir einmal da in diesen unveränderlichen globalen Teil rein und suchen einfach mal nach Dateien, die Audacity drin haben im Dateinamen und auf Exe aufhören. Und dann haben wir ja unseren kompletten Pfad, wo diese Exe-Datei zu finden ist. Und da passen wir noch das Skript an. Ja, das machen wir dann auch wieder Schritt für Schritt einmal durch. Ich teile das dieses Mal so ein bisschen auf beim Kopieren. Einmal dieser Teil, wo die Dinge in die Paketstruktur eingefügt werden. Das nehme ich jetzt einmal mit in die Zwischenablage und dann wechsle ich wieder rüber und dort führe ich das Ganze einmal aus. Das geht eben auch wieder schnell. Und was wir hier sehen, das ist die Ausgabe von dem Tar. Beim Packen wird in jeder Zeile einmal angegeben, welches Verzeichnis wurde dort gepackt und welche Datei wurde gepackt. Und das sehen wir hier. Dann haben wir das auch soweit. Dann springe ich wieder zurück. Und jetzt gucken wir gleich einmal, wo sich die Exe-Datei befindet, die das Audacity ausführt. Kopiere ich mir auch wiederum in die Zwischenablage und springe da wieder rüber. Und dort habe ich verschiedene Exe-Dateien, die auf das Filterkriterium passen. Nach Audacity wird gesucht, in Groß-Klein-Schreibung irgendwie. Und da habe ich einmal hier uninst.000.exe. Das ist zum Deinstallieren. Das wollen wir nicht. Genauso wie den Crash-Reporter. Den wollen wir auch nicht. Also wir wollen schon das hier haben. Also kopieren wir uns das hier jetzt einmal raus. Raus. Kopieren. Und passen das Start-Skript einmal an, welches sich unter Wine Audacity USR BIN befindet. Und das Ganze jetzt einmal öffnen. Ja, wie heißt denn das Ding hier? Da sieht man schon, ich benutze Marte nicht. Textbearbeitung. Ah, Textbearbeitung. Also da haben wir jetzt dieses relativ lange Skript drin, wo ja eine Menge drin steht, also wo diese ganzen Einstellungen gemacht werden, wo angepasst wird, wo ja unser Template-Benutzer drin steht und gemacht und getan wird. Was jetzt interessant ist, ist hier der Parameter oder vielmehr die Variable Exe-File. Das steht da jetzt schon drin, weil ich das schon mal alles vorbereitet habe. Aber wenn ich jetzt das noch mal einfüge aus der Zwischenablage und dann noch mal an die richtige Stelle verschiebe, dann ist es auch wirklich das. Wenn ihr jetzt eine andere Anwendung damit packen wollt, paketieren wollt, dann müsst ihr diese ganzen Parameter natürlich ein bisschen anpassen. Also wir haben ja diesen App-Name, also wie das Ganze heißen soll. Diese Variable wird genommen und an verschiedenen Stellen einfach verwendet, um diese Anwendung von anderen zu trennen. Wenn ihr jetzt mehrere Pakete baut, die irgendwelche Wein-Dinge enthalten, dann könnt ihr das wirklich sauber trennen, dass das eine eben für Audacity ist. Das andere ist dann für Firefox, wenn man auf die blöde Idee kommt, das machen zu wollen. Und dann passt ihr das hier oben einmal an und dann müsst ihr natürlich alles einmal durchgucken, ob das so dem entspricht. Dann gibt es auch noch ein paar andere Stellen, wo ihr auch noch ein bisschen was anpassen müsst. Für die Anpassung von individuellen Benutzereinstellungen, da müsst ihr halt gucken. Je nachdem, wie diese Werte konfiguriert sind für die jeweilige Anwendung, müsst ihr da noch ein paar verschiedene Klimmzüge vornehmen. Das ist echt sehr individuell. Wenn ihr da irgendwie Probleme mit haben wollt, also ich bin ja auch Dienstleister, dann wendet euch einfach vertrauensvoll an mich und fragt da einfach mal nach. Ich packe euch da auch solche Dinge oder mache diverse andere Anpassungen, wie ihr es gerne haben möchtet und braucht. So, ich möchte das natürlich nicht speichern. Das war schon mal richtig. Also nicht speichern. Dann nochmal zu dem Union FS. Ich habe es zwar immer mal wieder eingestreut, was es macht und so weiter. Also es ist dafür da, das globale Verzeichnis, das unveränderliche Verzeichnis zu nehmen und darüber das Verzeichnis mit den individuellen Benutzereinstellungen zu legen, sodass wir nachher ein gemeinsames Verzeichnis für den Benutzer haben. Und der Benutzer blendet das ein in seinem Benutzerverzeichnis unter .wineaudacity. Und die Änderungen, die stattfinden, die landen in dem Verzeichnis und das hier bleibt unverändert. Für unseren Startmenü-Eintrag, das ist so eine Punkt-Desktop-Datei, da gibt es auch so einen Abschnitt, wo Kategorien festgelegt werden, zu der diese Anwendung gehört. Also zum Beispiel Grafikanwendung oder hier Soundbearbeitung oder sonst irgendwas. Und damit wir überhaupt wissen, wie diese Kategorien heißen, gucken wir einfach mal in anderen Desktop-Dateien nach. Gucken bei dem Schlüsselwort Categories nach und dann filtern wir das Ganze ein bisschen. Und dann haben wir hinterher eine Liste mit möglichen Kategorien, was andere Anwendungen schon mal im Startmenü so eingetragen haben. Wenn wir das jetzt einfach mal nehmen, hier wieder kopieren und einfügen, einfügen und mal durchlaufen lassen, dann haben wir hier verschiedene Kategorien, wie hier Audio ist zum Beispiel gut für unser Audacity, dann gibt es ja Audio und Video und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, mit Audio sind wir eigentlich ganz gut da vor. Wenn wir jetzt wieder gucken, einmal in dem Verzeichnis, wo drin wir unsere Paketstruktur erstellen unter Wine, Audacity, USR, Share, Applications und in dieser Desktop-Datei, die ich da schon mal vorbereitet habe und die einmal öffnen. Lieber mit dem Editor und der war irgendwo hier Textbearbeitung. Damit einmal öffnen. Das ist jetzt hier diese Punkt Desktop-Datei. Da gibt es unten dieses Categories. Da steht jetzt noch Graphics drin. Das kommt jetzt raus. Und dafür tragen wir Audio ein. Und dann wird hinterher der Startmenü-Eintrag im Startmenü auch in die Kategorie mit den Audio-Programmen eingetragen, dass man es darunter auch sieht. So, das speichern wir einmal und wieder zu. Nachdem wir uns jetzt um die Kategorie gekümmert haben, brauchen wir auch noch irgendwie ein Icon. Und das suchen wir einfach mal in unserem eigenen Verzeichnis. Also hier Tilde ist das Heimatverzeichnis von unserem aktuellen Benutzer. Und in dem Unterverzeichnis hier, da sind verschiedene Icons drin. Und da suchen wir mal nach Icons, die Audacity im Dateinamen drin haben. Und das Ganze sortieren wir auch noch nach Zahlen, nach absteigenden Zahlen. Warum wir das brauchen, zeige ich euch gleich. Oder vielmehr, es ist letztendlich selbstverständlich, wenn man es denn gesehen hat. Denn der Trick dabei ist, die so zu sortieren, dass der höchste Zahlenwert oben steht. Der höchste Zahlenwert ist hier eben die 256. Da sind Icons in verschiedener Größe von 256 mal 256, ein Quadrat, bis zu 8 mal 8 Pixeln drin. Und dieses Icon hier mit Audacity, das ist eigentlich schon das, was wir haben wollen. Und da nehmen wir uns gleich dieses Icon und kopieren uns das da raus in das Verzeichnis, wo wir das Paket bauen. Das kopiere ich mir auch wieder. Wenn das irgendwie anders wäre, müsstet ihr das natürlich irgendwie anpassen. Wenn ihr eure Anwendung, die ihr wirklich packen wollt, müsst ihr das natürlich alles anpacken. Dann steht da natürlich nicht Audacity, sondern, ja, Dingsbums. So, haben wir auch reinkopiert. Jetzt haben wir auch noch das Icon da. Als nächsten Schritt kümmern wir uns um das Einpacken von unserer Paketstruktur, die wir vorbereitet haben. Die liegt in dem Verzeichnis hier. Wechseln wir einmal rein. Dann sorgen wir dafür, dass es keine alten Versionen von unserem Audacity Debian Paket gibt. Und also diese Datei muss weg, denn bei jedem Aufruf von dem dt-dep-mk-dep wird eine neue Version von diesem Debian Paket erstellt. Da wird dann eine Nummer hochgezählt, also 1, 0 irgendwas und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwie wird dann immer angehängt. Und damit wir das nicht haben, löschen wir das. Zusätzlich zu dem Dateinamen wird auch in dieser Struktur hochgezählt diese Config-Datei, wo grundlegende Informationen für das Debian Paket hinterlegt sind. Die wird eben auch angepasst. Diese Versionsnummer wird auch hochgezählt. So, ich kopiere das Ganze einmal und füge es gleich wieder ein. Einmal so. Führe das Ganze einmal aus. Die Fehlermeldung, dass es noch keine alte Debian Paketdatei gibt, ist ganz normal, denn das ist das erste Mal, als ich das gestartet habe. Und hier hinten steht dann diese Minus 1 vom ersten Durchlauf. Das ist quasi so eine Patchnummer. Wenn ich dieses DT-Dep, MK-Dep nochmal ausführe, dann habe ich dann Minus 2 und dann Minus 3, Minus 4 und so weiter. Und da das Ganze relativ umfangreich ist, also Audacity ist ja jetzt nun nicht so groß, aber diese ganzen anderen Bestandteile, die zu dem Wine, zu dieser Laufzeitumgebung gehören, die machen das nachher doch relativ groß. Und das ist auch der Hintergrund, dass es diesen globalen Teil gibt, der wirklich, ja, also in Relation sehr groß ist, im Gegensatz zu dem Benutzerteil gibt. Ansonsten müsste jeder Benutzer, der das ausführen möchte, eine Kopie von diesem kompletten Wine haben, mit diesem ganzen Krempel drin. Und das würde es einfach unnötig aufblähen. Und selbst in Zeiten von relativ schnellen SSDs wäre das jedes Mal so eine Kopieraktion und das müllt dann die Home-Verzeichnisse voll. Und wenn die vielleicht auch noch auf einem Netzwerkspeicher liegen, also per NFS oder Samba gemountet werden, dann wird das Zeug noch viel, viel größer. Und das müllt dann einfach irgendwelche Serverplatten voll. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das war eben auch der Punkt bei diesem Projekt, was ich gemacht habe. Da ist es so, dass die ganzen Home-Verzeichnisse von einem zentralen NAS kommen und da soll nicht so viel Zeug rumliegen. Und die hätten auch ein Quota gehabt, sodass man das relativ schnell mit irgendwelchen Krempel vollmüllt. Und ein weiteres Problem bei der Sache ist auch, da es sich um ein Samba handelt, gelten erst mal von vornherein die Dateisystemrechte und Möglichkeiten, um die festzulegen von Windows aus. Und Windows kennt einige Flex halt nicht, die ein Linux-Dateisystem halt braucht, um dort diese, ja sowas wie Simblings abzulegen oder andere Links zu machen. Das geht da nicht. Es gibt zwar für Samba eine Erweiterung, aber die war in dem Fall nicht da. Von daher gibt es diesen Umweg über diese Cage-Datei, dass Dinge erst mal lokal im Dateisystem gemacht werden. Also alle Änderungen, die der Benutzer macht, also Oberfläche von Audacity einstellen und so weiter, das landet erst mal lokal in dem Home-Verzeichnis. Und nach dem Beenden von dem Audacity wird das Ganze wiederum zusammengepackt mit allen Dateirechten, die so ein Linux-Dateisystem hat, als Archiv gespeichert und auf dem NAS abgelegt. Und so eine einfache Archiv-Datei, die lässt sich halt super unter jedem Netzwerk-Dateisystem ablegen. Also dafür braucht man ja nicht viele Dateirechte. Also das kann sehr primitiv sein, was das auf der Server-Seite unterstützt. Von daher ist das so eine Methode, mit der das in diesem Projekt ganz gut ging. Wenn man ein Dateisystem hat, wo diese Rechte unterstützt werden, kann man das auch noch ein bisschen anders machen. Dann spart man sich dieses Packen nach dem Beenden vom Programm, das Öffnen von dem Archiv und Entpacken ins lokale Dateisystem beim nächsten Start. Ja, aber das ging in diesem Fall nicht. Von daher ist das so ein Umweg, der nicht schön ist, aber leider notwendig ist. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Also es ist relativ groß auch für eine Debian-Paket-Datei, wenn ich jetzt mal gucke, wie groß die geworden ist. Also da sind jetzt 190 MB gepackte Daten drin und die Rohdaten von dem, also die ungepackten Daten, das sind jetzt ungefähr 1,1 Gigabyte. Also darum hat es auch ein bisschen gedauert, das Ganze zu packen. Also keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten. Ich habe die Zeit nebenbei für was anderes genutzt. Ja, nachdem wir jetzt so ein schönes Paket geschnürt haben, wollen wir natürlich auch mal ausprobieren, ob sich das überhaupt installieren lässt. Das Installieren von Paket-Dateien, also nicht über einen Paket-Manager, geschieht über dpkg. Also das ist die Paketverwaltung auf unterer Ebene, also die löst auch keine Abhängigkeiten auf und so weiter. Da können wir einfach dpkg nehmen, minus i für install und dann den Namen von der Paket-Datei. Beziehungsweise über so ein Sternchen wird der Dateiname denn erweitert. Wir brauchen natürlich wieder Root-Rechte dafür, also kommt das Sudo davor. Und falls da jetzt irgendwelche Abhängigkeiten noch fehlen sollten, wir haben jetzt zwar Wine installiert, aber falls wir jetzt noch eine weitere Abhängigkeit nicht installiert haben, wie UnionFS, das wird denke ich auf dem System noch nicht drauf sein, schieben wir noch so ein apt-install nach. Wir geben jetzt da keinen Paketnamen an, dass wir einen expliziten Paket installieren sollen, sondern minus f, das heißt fix, damit Abhängigkeiten, die von installierten Paketen benötigt werden, aber nicht installiert sind, nochmal nachinstalliert werden. Machen wir auch wieder mit Kopieren, Einfügen und ersparen uns so die Tipparbeit. So, jetzt bin ich wieder in der virtuellen Maschine. Kopieren und jetzt muss ich für das erste Sudo hier, also das dpkg-i und Paketnamen installieren, mein Passwort eingeben, dann wird das Paket an die richtige Stelle entpackt im Moment, also diese 1,1 Gigabyte, die werden im Root-Dateisystem an die richtige Stelle entpackt und ja, das dauert so ein bisschen. Genau, und das nächste, was hier kommt, das Paket UnionFS Fuse, das ist als Abhängigkeit in unserem Wine Audacity Paket angegeben, aber es ist halt nicht installiert, dpkg kann diese Abhängigkeit nicht automatisch mit installieren, also brauchen wir wirklich noch diesen Schritt mit dem apt install und minus f und da werde ich jetzt gefragt, hier, möchte ich dieses Paket installieren, weil es wird gebraucht von einem anderen noch. Ja, das möchte ich, ansonsten funktioniert das Ganze nicht und damit habe ich das jetzt prinzipiell erstmal soweit installiert, mal gucken, ob es auch wirklich klappt. Ich gucke noch einmal hier rein. So, jetzt habe ich da reingeschrieben, ich soll mich jetzt als anderer Benutzer anmelden und dann Audacity Wine über das Startmenü öffnen. Wenn ich das jetzt unter demselben Benutzer mache, ist irgendwie so der Aha-Effekt nicht so wirklich und vielleicht werden auch noch Verzeichnisse, die ich beim Bauen verwendet habe, mitverwendet. Also melde ich mich jetzt einmal ab, um mich gleich als normaler oder meinen Testbenutzer wieder anzumelden. Also Test, mein super sicheres Passwort und genau, jetzt bin ich wieder Test und jetzt sollte ich theoretisch in dem Menü hier, vielleicht da drunter oder woran drunter fällt das. Ich kann ja einfach mal hier auch da, da habe ich es drunter und jetzt, wenn ich das anklicke, kommt hoffentlich, genau, jetzt kommt Wine wieder mit der Konfiguration, denn unter dem Benutzer gibt es dieses Punkt Wine Audacity, verzeichen es noch nicht. Da wird wieder diese Basiskonfiguration gemacht und wenn die durch ist, dann haben wir hoffentlich auch gleich, da ist einmal ganz kurz dieses Logo aufgeblitzt und jetzt haben wir hier unser Audacity in der Windows-Version unter Wine und das in einer Variante, die für Multi-User-Umgebung sinnvoll einzusetzen ist, weil der überwiegende Ballast von diesen 1,1 Gigabyte nicht jedes Mal dupliziert wird. Ja, gut. Ja, das wäre es dann auch. Falls ihr mal sowas braucht, in die Verlegenheit kommen solltet, irgendwie Windows-Programme zu packen, damit ihr die auf Systemen wieder ausrollen könnt, dann guckt dieses Video nochmal genau. Ihr müsst natürlich diese einzelnen Schritte anpassen. Also überall, wo jetzt Audacity bei mir drinsteht, müsst ihr erst natürlich anpassen und den Namen eurer Anwendung eintragen. Ihr müsst Pfade anpassen und ihr müsst das wirklich alles in Ruhe einmal durchgehen und ja, auch teilweise rumprobieren, wenn es gerade darum geht, um diese Benutzerspezifischen Einstellungen, wo liegen die, wo muss das vielleicht doch noch irgendwie gepatcht werden und sonst was. Also das ist nicht ganz trivial. Wenn ihr das Ganze nicht selbst machen wollt, aha, dann könnt ihr natürlich auch hier mich als Dienstleister engagieren, sowas für euch zu machen. Ich mache solche Sachen, ich mache letztendlich alles, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Ihr könnt ja einfach mal fragen, einfach mal das Kontaktformular bemühen, ob ich da was für euch tun kann. Genau, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen oder zumindest irgendwie gezeigt, was noch alles für tolle und abstruse Dinge eigentlich mit Linux und Open Source gehen. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach, abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23 und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freie Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux Open Source Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren, dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistungen von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt.